Im Early Bird Frühstück am 20. Februar 2024 gab uns Solarexpertin Cornelia Daniel einen tiefen Einblick in Neuerungen zur Photovoltaikförderung. Seit 2011 mit dem Thema täglich beschäftigt. Lässt sie uns an ihrer Expertise teilhaben. Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich freue mich ganz, dass ich heute wieder da bin, dass ich im Gewerbegrenze meine berufliche Heimat darstellt. In meinem allererster Freiflischaufferrag von Homeoffice, weil es noch kein Hahn nach Photovoltaik beträgt hat, habe ich bewusst, dass es vielleicht Zukunft ist und vor allem Gewerbeunternehmen davon besonders konfizieren können. Ich werde noch näher auf das alles eingehen mit den Staaten mit einer ganz kurzen Blitzkunde, weil es mir immer ganz wichtig ist, was bewegt sich gerade nach allem, was man so hört. Ich bin in meiner Bubble, ich bin in meiner Bubble, ich habe ein ganz anderes als Sie. Und ich würde jetzt so zwei, drei, die sich da was ist schlimm, was wir jetzt seitdem wir zuvor da gehört haben, was es sich heute besonders interessiert und bewegt. Wenn wir dann ein, zwei Auftrag haben würden, würde ich mich sehr freuen. Geht nicht. Zu wenig, bringt nichts. Ich glaube, weil die Leute auch älter werden und die behalten ihr Nichtwissen weiter. Man weiß, wenn man das öffentliche Netz einspeist im Strom, weiß man nicht, welchen Geldbetrag in der Zukunft ist. Meistens weniger. Ja, ich schreibe mich überhaupt nicht mehr über die Medien. Überhaupt nicht. Das ist so, dass ich gehört habe. Das habe ich auch schon gehört. Ich freue mich mit den Gedanken, die ich mir dann mal jetzt drauf habe. Ich freue mich. Ansehne. Der Netzanschluss ist ein Dauerbringer, aber es gehen tausende Projekte kontrollieren und die schaffen wir denn die Medien. Und natürlich haben wir da ein Problem. Wir haben immer unbedingt anschauen lassen, wie es nur dicker eben ein dickes Kabel ist. Das ist eine physikalische Größe. Dickes Kabel funktioniert, dünnes Kabel ist schwierig. Das ist ganz, ganz, ganz gut gesprochen. Es gibt hier, oder auch, was ich Ihnen heute mitgeben will, es gibt keine Pauschalaussage. Das macht eben alles in den Medien zu schwierig, weil da wird alles pauschalisiert. Und überall, also entweder wird es hochgejubelt, dann wird es untergetäufelt und immer alles in den Pauschel finden. Ich möchte sensibilisiert dafür, dass jedes Projekt andere ist oder einfach nicht allgemein setzen, zu viel Platz gehen soll, sondern konkrete Projekte sich anschauen und dann kann man ja tatsächlich eine richtige, gute Entscheidung treffen. Was machen wir heute? Damit man die Photovoltaik überhaupt die Förderung verstehen kann, muss man den Energiemarkt verstehen. Das heißt, während Sie heute, bevor ich dann auf die Förderung eingehe, die der Förderung einfach auf den Handel ist, wenn man das mit dem, so wie ich es auch geeinigt habe, ich will Ihnen kurz vorstellen, wo wir angekommen, was wir machen, dann einordnen in den Energiemarkt und weil wir das, was wir ändern sind, das ist die wichtigste Kämpfe, die Sie kennenlernen müssen. Sie werden heute ein bisschen die Photovoltaik-Experten da rausgehen, und dabei reden Sie aus den Förderungen, eine Förderübersicht und Antwort, ganz kurz, wie man ganz einfach zu einer Anlage kommt. Und warum das Kredo geht nicht, gibt es nicht. Wir haben so viele Projekte vorangeschoben, gestritten mit den Energiemarktagen, gestritten mit den SPÖ-Dreibern, gestritten mit den Behörden. Man muss da ein bisschen was tun, das stimmt, aber zum Beispiel muss es noch in anderen Weise passieren. Der Mikro muss hinten einstecken, das geht nicht weiter. Danke. Gut, los geht's. Ich habe 2011 meine Familie gegründet und unsere Mission haben, um ein Unternehmen zu gründen. Ich habe viele freie Bücher gelesen, und eines davon war, was mir geht, so wie gesagt hat, er hat gesagt, sein Ziel ist, dass jeder Unternehmung auf jeden 30 Stück gut ist. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn der das sagt, dann sage ich halt, auf jedem Unternehmen ist da eine Photovoltaikanlage. und diese Mission begleitet mich nunmehr seit 13, 14 Jahren. Und ich habe sehr früh gesehen, so mit dem jeden Dach, das ist ja so, wir sehen, wir brauchen ein Zwischenziel. Und dieses kleine Zwischenziel, weil 2014 die Initiative 1000 ist ein Tag, ich habe gesehen, dass nur meine Beratung bedacht wurde, als Beratungsagentur, wie Unternehmen gegründet sind, um die Wirtschaftlichkeitsberechnung, um Förderberatung kümmert. Ich habe dann mal ausgerechnet, ich bin sehr bald gesehen, die wollen umsetzen, ich kann ja heute, ich muss auch wieder Umsetzung messen, weil Unternehmen haben wenig Zeit, die wollen sich im Jahr hergeschäft kümmern, müssen einen One-Stop-Shop anbieten, wo man von der Erstberatung bis zur schüttelnden Umsetzung alles in seiner Hand hat. Ich habe in vielen Unternehmen zusammengearbeitet, damals die anderen gebraucht haben, mit denen hier als die professionellste herausgestellt, haben wir nicht so einen Start vorgemacht, die Beratung, die in und für die Umsetzung, dann haben wir auch Kollegen da kurz aufgestellt, die in der technischen Umsetzung ist dabei, und da hat die Start gemacht, also wirklich dieser One-Stop-Shop, wo direkt man kommt zu uns und muss sich mit ihnen nicht mehr kümmern. Wir haben damals ein, zwei Projekte im Jahr gemacht, war nichts, und wir haben dieses Ziel ausgerufen und so eine kurve gezeichnet, so wie der Stefan vorher gesagt hat, wir haben das jetzt in der Kurve gemalt, eine Flache am Anfang und eine Steine am Ende, das war völlig utopisch, das war eine absolute Utopie, und die Menschen haben so vier Jahre lang gesagt, und wir haben über die Decke Hauptjob, fünf, ja, zwanzig, das war natürlich noch ein bisschen dauern, aber auch dank dem Oberbaum, wie den anderen, durften wir immer wieder vortragen, und auch zeigen, wie sich das voll rechnet, und die tatsächliche Kurve, und die tatsächliche Kurve, das war einfach nur, einfach nur gemalt, und wie schön sie tatsächlich nur so ausschaut. Es ist wirklich erstaunlich, wie jetzt spezielles Wachstum funktioniert, wir wissen, dass es seit Covid dann wirklich gibt, auch die Proportals ist eine virale Technologie, wenn sie eine Anleitung machen, werden sie noch jemanden anstecken, der wird sie noch jemanden anstecken, und dadurch im positiven Sinne eine virale Technologie, und das zeigt sich dann auch in exponentiellen Kurven ab, wie man jetzt auch weltweit sieht, diese Exponentialkurve ist angestoßen weltweit, man weiß, es ist die beliebste Technologie der Welt, das wird unsere Welt retten, wenn wir sie nicht aufhalten, also der einzige Hindernisgrund ist, sind Widersacher für die Themen, die müssen wir aber von der Technologie an sich, hat das Potenzial, und alle Wohlstand zu erhalten. Wir müssen dann wieder Unternehmer befreitend, und machen natürlich weiter, auch nahe Reisenden dieses Ziels letztes Jahr, und wir würden unsere vielen anstrengenden auch auswählen, die sie benutzt letztes Jahr. Auch die Sucherzahlen in Österreich sind ähnlich exponentiell, tatsächlich auf 4 Tonnen, da haben wir 43 MW im Jahr in Österreich, in ganz Österreich gemacht. Tausend und ein Tag hat alleine 20 MW gebaut. Also, wir sind jetzt sehr lange rumgezogen, es waren ganz schwierige Förderbedingungen, ein sogenannter Deckel, wo der Deckel einfach, dass das Wachstum einfach nur die Deckel veröffent wurde, und es ist explodiert, und es ist explodiert. Dann ist das ERG gekommen, dann ist Covid gekommen, dann ist die ABS-Hörer hochgekommen, jetzt wurde der Deckel geöffnet, und es ist explodiert, tatsächlich. Also, die zu einem so gefahren waren, 1 Gigawatt, 1000, ergeblich 2023 sogar 2 Gigawatt, 2.000 Megawatt, die zugebaut wurden. Ich hätte mir das im Traum, im Traum hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass unsere Wirtschaft in der Lage ist, so ein Volumen auf die Dächer zu bringen. Ja, als wir 100 Megawatt machen, wie soll man da 100 Megawatt schaffen, das schafft ja der Markt gar nicht, wie soll man 500 Megawatt schaffen, das schafft ja der Markt gar nicht. Wir haben es geschafft. Die chronierte Erlösung sind aber natürlich, die Zahlen kommen erst zu ca. 6.000 Megawatt. Also, es geht, es kommt, und auch dieses Wachstum hat natürlich zu irgendwelchen für diese völlig normalen, wenn jetzt auf einmal auch in den Projekten angeschlossen werden, natürlich haben die Netzbetreiber geschnauft, aber es hat funktioniert. Das ist die richtige Nachhaltigkeit. Bis und in den Einordnungszahlen, wir haben 6 Gigawatt installiert, das Ziel bis 2030 in Österreich sind 11 Gigawatt. Wenn Sie sich ein Gigawatt vorstellen, nur gedanklich, das ist ein AKW, ein Atomkraftwerk, 1 Gigawatt. Wir haben jetzt 6 Atomkraftwerke in Zukunft, 11 Atomkraftwerke, und wir haben jetzt noch noch einen Plan, welche Leitungen auf Ordnung haben. welche Leitungen auf Ordnung haben. damit das in Summe ermöglicht ist. Die V&D für unsere Krise, das ist aber, wie Sie gerade zeigen immer jedes Mal, das so wichtig ist zu verstehen, warum diese Technologien so entscheidend sind für unseren Kursern. Man sieht hier die Planungszeiten einer Technologie, die Laufzeiten einer Technologie, die Abbauzeiten einer Technologie, und die Abbauzeiten einer Technologie. Die Photovoltaik ist da unschlagbar, extrem schnell geplant, auch wenn ein Jahr für uns lange dauert, mühsam ist, aber immer gleich so im Kern, dass das über 10 Jahre lang geplant wird, und noch länger abgebaut, als in Betrieb genommen wird, ist das einfach wirtschaftlich die schnellste Planung. Dasselbe bei Wind, wir haben ein bisschen längere Planungszeiten von 3-4 Jahren, sehr lange Laufzeiten und sehr kurze Ablaufzeiten. Und wir brauchen die Schwindigkeit und wir brauchen die billigen Technologien ausgebaut. Der Atomkraft produziert extrem teuren Strom, erst in 20 Jahren, bis absolut nicht die Technologie, die kommen wird. Ich könnte noch eine Stunde über das Thema sprechen, das können wir dann bilateral machen. Sonder, Wind sind die Technologien, die uns aus der Krise mit billiger Energie, die wir schnell zuwanderen haben. Warum ist das so? Als sie begonnen hat, war die Photovoltaik noch eine relativ teure Technologie, aber auch nicht mehr so schlimm. Wir sehen hier begonnen hat 2001, da hat eine Kilowattstunde aus Photovoltaik 60, 70 Cent gekostet. Der Reizaufall war gigantisch und ist mit 2012 auf einen extrem tiefen Hut gegangen. Man müsste das in der alten Grafik, weil wir in so kurz das diesen Reizaufall zu sehen, dann abends wieder so weiter gegangen. Also es ist dann auf einem Tal liegen geblieben, nicht mehr weiter runter gegangen, mit kleinen Ausreißern, Und das hat schon lange die Netzparität erreicht. Das ist der Punkt, wo der Strom auch um 8 gleich teuer ist mit dem Netz. Und es ist ja nun schon lange eine sehr günstige Technologie. Wie sehen wir die Weiterführung der Kurve? 2012 und dann war der Ange-Ange-Kurve aus. Man sieht, es ist dann extrem flat-linig weiter gegangen mit kleinen Ausreißern, nach oben und unten. Das war der Post-Covid-Ausreißer. Letztes Jahr sind die Modulpreise explodiert wegen Transportschwierigkeiten, Liefergeldbessen, extrem hoher Nachfrage. Das sind da oben und jetzt sind wir wieder im vorkriegenden Niveau. Und was wenige wissen, das wissen wir jetzt, in den besten Zeiten, um ein Produktteil zu investieren. Der Anlage ist wieder unten, die Förderungen sind hoch und jetzt sind auch wieder die Produkte verfügbar. In der Hochphase war es einfach extrem schwierig, an eine Anlage zu kommen. Mich geht davon aus, dass es jetzt nicht mehr weiter runter geht, weil schon wieder die Transportwege mit Suezkanal und so weiter zugestopft werden. Die überfüllten Lagerbestände sind abgebaut, ein massiver Lager über Hand in Europa. Der hat sich abgebaut und jetzt ist es wirklich ein extrem guter Zeitpunkt, um wieder in ein ruhigeres Barwasser, um in Ruhe eine Anlage zu bauen. Man darf nicht beraten, dass es jetzt noch weiter geht. Wir sind schon lange an einer sehr flachen Linie. Das soll das auch noch zeigen. Was ich will, dass Sie mitnehmen, und ich weiß nicht, ob das schon überall angekommen ist, Gott sei Dank wird es auch in den Medien immer mehr ein Standard und ein Wissen, das ein Faktenwissen ist, also nicht, dass sich irgendwer ausdenkt oder eine Meinung ist. und das ist die günstigste Energiequelle der Welt. Wer hätte nicht müssen oder schon? Jungs, die sind euch? Jetzt schauen wir da. Vor drei Jahren sicher nicht. Günstig heißt in ... ... ... ... ... ... ... Ich habe mich immer schon auf Wirtschaftlichkeit spezialisiert. Es ist schön, dass die Photovoltaik auch einen sehr tollen Klimaeffekt hat, aber mir geht es darum, Ihnen klar zu machen, dass es die wirtschaftlich günstigste, wohlstandserhaltendste Technologie der Welt ist. Wir wollen nicht die Milliarden ins Ausland schicken, wir wollen hier die Anlage bauen, hier das Geld verdienen und hier die Wertverforschung schaffen. Und würde sie nicht mehr. Es ist ganz einfach, man muss, wenn man in der Betrachtungsweise einer Photovoltaikanlage, muss man eher Kraftwertbetreiber denken. Das ist das Allerentscheidendste. Wenn wir eine Photovoltaikanlage machen, müssen Sie denken wie ein Kraftwerksbetreiber. Wie denkt ein Kraftwerksbetreiber? Der denkt nie in Returning Invest oder an Organisationszeiten, der denkt ausschließlich in Erzeugungskosten und in Joghurtstunde. Die nennen wir nach Level as Cost of Energy. Das ist die wichtigste Kraft in der Energiewirtschaft. Level as Cost of Energy oder Erzeugungskosten von Solarstrom. Jede einzelne Technologieforgen, jede einzelne Kraftwerkstechnologie wird im Level as Cost of Energy angegeben. Und dann weiß ich, wieviel ich am Markt verlangen muss, damit ich positiv finanziere. Eine kleine Dachanlage produziert noch einen relativ teuren Strom mit 8-10 Cent pro Kilowattstunde. Eine Dachanlage in Bewerb produziert schon sehr günstigen Strom mit 5-7 Cent pro Kilowattstunde. Und eine Freitag produziert mit 5-5 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein Verbrauchungsinstitut. Einer der wichtigsten, relevantesten Institute. Windkraft produziert ebenfalls sehr günstig. Am Meer ist teurer als am Land. Und natürlich das Bohren mehr und mehr kostet, also nicht nur auf der Weltstelle. Was richtig teuer ist, sind Steinkohle, Braunkohle, Gas bis zum Leid zu sehen. Wissen Sie, was ich derzeit für ist, wird Strom bezahlen? Ja. 14. 15. 15. Gas. Und Strom. Gas. Und Strompreis? 15. 15. Also Strompreise sind gerade extrem divers. Die, die gerade neu abschließen, sind schon wieder bei 10,12 Cent. Die noch einen alten Vertrag haben, sind bei 20 Cent plus. Irgendwo dazwischen liegen 14 Cent. Aber keine Arbeitspreise? Nur eine Arbeitspreise. Dann kommen auch die Netze dazu, Abgaben, dann bin ich bei 14,15,16,17,18 Cent. Und jetzt sehen Sie, das heißt, hier sind diese 14 Cent. Alles, was darunter liegt, ist für Sie eine billige Technologie. Und was wir machen in der Beratung ist, wir rechnen aus, wie viel Ihr Kraftwerk in diesen Erzeugungssystemen. Und das ist, wenn Sie dieses Konzept mal verstanden haben, ich denke, wie ein Kraftwerksbetreiber, dann ist es so viel einfacher, die Projekte zu bewerten. Und das ist, wenn Sie das nicht mehr machen, dann ist es so ein Zickfragenpreis bei der Wiener Kinder eben hoch. Den Zickfragenpreis müssen Sie doch dann mit der anderen nicht haben. Es geht darum, für den Teil, wo Sie direkt den Stromverbrauchen, das wird ja auch gemisuriert, ob das große Stromverbraucher haben. Sie können, während der Liebe jetzt gar nicht machen, wenn Sie es machen, haben Sie natürlich noch Zeiten, wo Sie auch einkaufen müssen. Aber der Gesamtzummen, die Sie einkaufen müssen, sind natürlich, je nachdem wie groß Ihr Dach ist, und das kleiner. Aber die verlangen ja dann für die eine Stunde das Zickfragen... Die verlangen nicht mehr, nur wenn Sie einen Protokolleiter dabei haben. Es gibt keine Strafsteuer für Protokolleiter Sitze. Das habe ich schon gehört. Es gibt blöde Verkäufer, die das den Leuten einbepräden. Aber sie können ja wieder zu den Anbietern wechseln. Aber Kilowattstunde kostet sie gleich mit oder ohne die Voraussage. Aber es gibt diese Stromverbraucher, die sagen, wenn du die Voraussage machst, gewisse auf schlechtere Strom. Das stimmt. Aber das ist ja nur Angstmache. Das ist ja nichts, was eben dann in der Kontrollstand wird. Jetzt haben wir die Rede davon, dass wir für die Eigenerzeugung Mehrheitssteuer erzahlen müssen. Ist das so? Das kostet ja nicht mehr. Es war ganz fruchtbar gemütlich. Ich habe gegründet. Und ein Monat oder ein Jahr später ist diese Einkaufaufsteuer gekommen. Das ist ja wahnsinnig. Das war 1,5 Cent draufgeschlagen. Wir waren gerade so 1,5 Cent profitabel. Das war der Abstand zwischen Erzeugung und Stromkreis. Wir haben ja auch begonnen in Zeiten, wo der Strom 4 Cent gekostet hat. Jetzt kostet er 14, 15, 20 Cent. Wenn der Strom nur 4 Cent kostet, dann ist das mit einer billigen Technologie, die um 5 Cent produziert, ja auch nur eine ganz schwache Wirtschaftlichkeit. Wenn dann der Staat nochmal 1,5 Cent nimmt. Also wir haben da alle Hebel in Bewegung gesetzt und dann hat das auch ein bisschen Steuer genannt, weil da könnte man ja vielleicht im Garten die Diomaten besteuern, wenn man sich selbst erzeugt. Das würde Gott sei Dank eh lange schon nachgeschrieben. Also wir haben auch die Schweine dabei. Und ganz kurz, der verdoppelt einfach diese Produktionskosten. Der Speicher produziert nicht um 5 Cent, sondern um 10, 15, 20 Cent. Und ich finde, diese Grafik ist ein guter Indikator, wo der Stromkreis hingehen kann. Aber wir wissen ja nicht, was wir in Zukunft bekommen. Das ist wichtig. Wir wissen aber, wie viel die anderen Kraftwerksbetreiber produzieren. Wir wissen, dass sie fossilen Energieformen nicht mehr billiger produzieren können, als sie erneuer waren. Das ist ein Fakt, der unglücklich ist. Wenn wir billige Energie für die Wirtschaft haben wollen, müssen wir Sonnen und Wind ausbauen. Sonst machen sich die Länder das Leben an und wir müssen wieder produzieren. Das ist der Rechner, der mich zusammenzuliebe ich habe, um eben jedes Kraftwerk auszurechnen, weil ich sage, wie viel kostet Ihre Kilowattstunde? In einer Beratung ist dann das Ergebnis der Vorortbesichtigung, Planung, Angebot, ist dann genau dieser Rechner, wo wir sagen, sie produzieren um 6 Cent, 5 Cent, 4 Cent. Und dann geht es darum, wie viel bekommen sie für den Strom. Und immer wenn sie mehr bekommen, als diese Erzeugungsposten, ist das eine wirtschaftliche Anmache. Das ist auch die Definition von Wirtschaftlichkeit, wie der Volta 1, dann wirtschaftlich, sobald die Stehungskosten ist, der Terminus, der ganz genaue, aber einfache Erzeugungskosten, unter den Stromkosten liegt, den sie im Einkauf haben, und auch der Einspenselterweg sollte möglichst über diesen wären sein. Und das ist die Visibilitätsformel. Jetzt schauen wir uns an, wo könnte der Strompreis in Zukunft hingehen? Man kann immer nur nach hinten schauen, wir können nicht immer nach vorne schauen, außer mit den Futures. Ein paar Jahre kann man in die Zukunft schauen, aber nicht mit über 30 Jahren. Wir können 20 Jahre nach hinten schauen. Man muss immer aufpassen, wenn ich da eine Cent pro Kilowattstunde angezeigt habe, eine Euro pro Kilowattstunde. Überseitig gerade ist jetzt in die Cent pro Kilowattstunde. Hier ist die 10 Cent pro Kilowattstunde Marke. Also wir sind jetzt 20 Jahre lang wirklich schon diese 10 Cent Marke herum gefürgt. Der Tiefpunkt war 2016, 2017. Das war für uns ziemlich schlug. Bei erster Zeit, wo wir vor Tage lang sind. Da müssen Sie sich vorstellen, die Leute zahlen 5 Cent pro Kilowattstunde, und wir haben 4 Cent produziert. Die Unternehmen, die haben produziert, haben 1, 2 Cent Gewinn gemacht, und haben trotzdem investiert. Und glauben Sie mir, genau diese Unternehmen sind letztes Jahr bei mir gekommen, und haben gesagt, danke Frau Daniel, dass sie uns so gut vorgerechnet haben, dass wir investiert haben, und jetzt, die hatten damals RUIs von 15, 20 Jahren, und die Anlage ist natürlich jetzt abbezahlt. Also dieser Tiefpunkt, den niemand erwartet hatte, das war ja nur ein paar Monate. Ich fand diese Goldgräberstimmung fürchterlich, damals, wo wir aber alle gesagt haben, 20 Cent einsperrt, 30 Cent einsperrt, 50 Cent einsperrt. Das war ja für die Wirtschaft eine Katastrophe. Weil wir kriegen ja nur so viel, weil der Markt, der Strom zu dem Wert war. Weil eine Knappheit da war. Es war ja nur eine angekürzte Nachfragefunktion, die nichts mit dem realen Produktionskosten der Energie zu tun hatte. Deshalb haben aber trotzdem die Menschen, die um 5 Cent produziert, 50 Cent bekommen. Dabei würden 7 Cent auch reichen, wie das wichtig ist. Aber das ist jetzt eine andere Diskussion, wie der Herr Fieber funktioniert. Der Markt hat das gemacht, was er tun soll. Das Angebot ist knapp geworden. Die Verspreise gestiegen. Dadurch haben wieder Investoren mehr Geld bekommen, um neue Kraftwerkskapazitäten zuzubauen. Das ist passiert. Der Strom ist wieder runter gegangen, weil die Knappheit beseitigt wurde. Also ein Lehrbeispiel, wie der Markt tatsächlich funktionieren kann. Es hat natürlich Rebekahnen und ist jetzt da unten. Was er wichtig ist, das ist immer im Rehbereich. Das heißt, wir haben nur einmal in der Geschichte in den letzten 20 Jahren befeindlich und kurzfristig es gleich teurer war, von uns im Schiff, und den meisten Zeit immer übergeben. Ich weiß nicht, wie du ihn geht, aber glauben Sie, dass der Strompreis nochmal komplett da runter geht? Und wenn, dann sind das immer sehr coolere Episoden. Alles, was ausreißt, aber in eine Richtung, die bleiben ja nicht dort. Genauso wie der Wohlpreis nicht dort. Das würde auch, wenn ein Jahr noch mal zu viel Energie da ist, dann steigt wieder die Nachfrage und es geht auch wieder hoch. Das ist ja immer eine Funktion. Das Problem liegt darin, dass man nie weiß, wie sich die geostrategischen Interessen entwickeln. Aber glaubt ihr, dass die Welt effektiver wird? Nein. Dann wird die Energie nicht viel lieber. Glaube ich auch. Das ist die geopolitische Frage, die man sich stellen muss. Und die Antwort lautet, sich selbst sichern das ist die wichtige Strategie. Wirtschaftlich autark, ja. Autarkie ist teuer, aber unabhängig. Autarkie ist immer ein ganz schwieriges Thema. Es gibt eine Teilautarkie, die letzten 20% der Autarkie sind unbezahlbar. Das heißt, wenn wir 80% schaffen per retroeffizient, ist das schon großartig. Die sind jetzt gerade 80% abgelehnt. Also wenn man auch Autarkie ein bisschen reduziert, ist schon viel gewonnen. Ja. Und hier sehen wir das Gegenstück zum Strompreis, der Einspeistertarif, der Autarkie. In 2021 hat man am Markt für Solarstrom 4,96 Cent bekommen. In der Hochphase 51 Cent wird dazwischen, es beginnt auch wieder eine abflachende Kurve, die sich über 8,14. Da sehen wir jetzt auch in den wirtschaftlichen Down-Turn die Nachfrage nach Energie zurück, der Strompreis wird runter. Und auch das wird sich dann wieder stabilisieren. Und wir wissen eben, irgendwo zwischen 7 und 12 Cent wird der Strompreis immer wieder sein, mal höher, mal weniger. Und es geht immer darum, wollen Sie einen fixen Preis oder wollen Sie am Markt mitfahren. Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn Sie am Markt mitfahren, können Sie die Höhen auch mitnehmen, aber dann nehmen Sie auch den Pläder mit. Wenn Sie die Höhen nicht wollen, dann wird das immer irgendwo, dann wird das nie ganz unten, nie ganz unten sein. Ich komme dann auch nochmal darauf zurück. Es gibt auch ein sogenanntes Sicherheitsnetz, die Marktprämie. Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, gibt es ein Instrument, wo ich mir auf 9,33 Cent für 20 Jahre den Strom versichern kann. Konnten Sie das? Das kennen viele nicht. Bei 9,33 könnte man sich das absichern, wenn man ganz auf Nummer sicher geht. 20 Jahre? 20 Jahre. Fixieren? Nein, fixieren. Aber ich brauche den Index, weil die Kosten sind mit der Anlage fixiert. Ich baue die Anlage, ich habe dann keine höheren Kosten mehr. Also mit dem Tag, der Installation, sind die Bestimmungskosten fixiert, mit 5 Cent. Ich habe, ich kann jetzt, wenn ich will, die Reparaturkosten indexieren, blablabla, bin ich in der zweiten Kompostelle von direkt, wie ich das gerne. Findet man unabhängig vom Standort in Österreich immer alle Angebote der Energielieferanten für die Anschlussetarife, oder? Ganz schwer. Also es gibt auf der E-Control, glaube ich, so einen Rechner auch für Anschlussetarife. Das ändert sich fast monatlich. Es ist ganz schwer, da nur noch zu behalten. Aber das ist ja so als Sache, wo man die Anlage hat. Nein. Ich habe die Frage, wegen der Bundesländer, ist das anscheinend unterschiedlich, weil im Publikum gibt es wesentlich mehr, nicht nur Windstrom, sondern auch Solarenergie mittlerweile, und der Energie im Publikum operiert ja auch für spezielle Angebote, die durchaus attraktiv sind. Das ist ja eine Frage. Und die andere ist, die Bildsupermärkte haben immer noch kaum Solarener. Tut sich da jetzt was? Weil es ist ja unlogisch. Wenn es günstiger wäre, dann würde es sich ja auszahlen. Es ist ja schon marktfähig. Absolut. Ja, danke für die beiden Fragen. Sehr spannend. Die Bundesländer sind unterschiedlich, weil die Energieversorger unterschiedliche Strategien haben und unterschiedliche Beharrungskräfte. Sie müssen sich vorstellen, die Energieversorger haben sich jetzt 20 Jahre erzählt. Das ist ein Blödsinn. Und jetzt müssen sie umdenken. Ganz schwer. Und das gelingt manchen schneller aneinander. Die Burgenländer machten es ganz spannend. Die haben ganz lange markiert, alles aus Privates. Dann haben sie selber beschlossen, das zu machen und haben einen alten Monopol errichtet. Wenn sie das machen wollen, dann bitte mit uns. Ausgutzig. Ja. Also die, die machen, also das ist so, manchmal funktioniert eine Diktatur in eine Richtung. Und die haben das beim Wind gemacht, die machen das bei der Solarenergie. Und jeder private Investor muss sich mit der Energieburgenland einigen. Und die Wienenergie ist sehr, sehr voran. Die sind sehr weit auf dem Klima. Die war entlockiert seit 20 Jahren. Die tun sich noch immer sehr, sehr schwer. Man kann es wirklich auf den Energieversorgern, auf den Menschen auflegen, die dort sind. Auf den Pressesprechern, was sie für Aussagen kräftigen, kann man genau den Geist ablesen. Und es ist schwer, wenn man sich so lange eingeredet hat. Das kennen Sie von sich selbst. Es fällt einem sehr schwer, da loszulassen. Und die Energie ist so dynamisch. Es hat sich jetzt so viel geändert auf. Und es fällt sehr schwer, da loszulassen. Von diesen alten Gedanken und dieser Blödsinn. Die zweite Frage Supermärkte. Auch 2011 war ich in den Spar gesprochen schon. Wollten wir mit der Firma nicht machen. So wissen Sie, unsere Kunden verlangen, dass wir alle 10 Jahre einen Standort neu bauen. Weil sonst gehen sie zum Konkurrenten. Das Unnachhaltigste, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Das heißt aber, dass sie dann mit dem Photovoltaikern, weil ich hier 20, 30, 40 Jahre dort stehen muss, die muss man dann wieder abbauen und wieder neu aufbauen. Und das ist mühsam und deshalb macht das Ende. Die Rewe hat schon ganz viel gemacht. Wir machen lieber mit der Rewe, weil der ist immer tot, wenn man sich dann mit denen... Also ist ein sehr mächtiger, also ist ein schwieriger Partner. Aber die machen schon. Nicht so, dass sie es nicht machen. Für die Kühlung ist es wie aufgehend. Aber das sind auch Beharrungskräfte. Da sind viele Entscheidungsträger. Also eine ganz, ganz einfache Formel. Je mehr Entscheidungsträger, desto weniger bekommt. Also wir schauen dann bei den Gesprächen immer, dass so viele Entscheidungssträger auf einem Tisch sind. Weil jeder hat das anders gehört. Jeder will sich mitteilen. Jeder will ihnen sein Wissen einbringen. Und dadurch ist es dann wichtig, dass man sich wirklich auch zusammen alle vorgehalten, die man sich eingeredet hat, jahrelang im Gespräch. Ja, also normalerweise ist es wieder stabiler. Wenn man gar nicht das Sicherheitsnetz will, gibt es auch ein Sicherheitsnetz. Wenn man das Sicherheitsnetz will, verzichtet man aber auf den Investitionssicher. Das heißt, man muss sich entscheiden. Spazier der Land habe ich am Dach zu. Und jetzt, wir merken trotzdem, die Harmonisationszeit wichtig ist. Und Sie wollen, wir wissen, wann sich das rechnet. Ich erkläre das dann trotzdem auch den Kunden, wann es sich rechnen wird. Bei welchem Stromreif. Und wenn wir jetzt sagen, die Sonneproduzierung 5 Cent, das ist fast immer so unfairer Wert, dann ist bei einem Stromreif im 17, 15 Jahre, das war so 2017, der Fall. Da haben wir weiter investiert und dann kam es plus nach 15 Jahren zurück. Für manche war das zu viel, für manche zu wenig. Bei 10, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sehen, das ist ungefähr die jetzige Nachtlage. Irgendwo zwischen 10 und 12 Cent. Für mich bei 10 oder 11 Jahren habe ich eine 10-prozentige Rendite. Das ist ein tolles Investment. Und bei 20 oder 30 ist es bei 6 Jahren. Bei 50 ist es bei 3 Jahren. Also das ist die Matrix, wo man sich ein bisschen vorstellen kann, wen der Strompreis das ist. Das ist der Betreuerung, den ich fest war. Aber im Worst Case, ich kann mir ein Szenario vorstellen, wo wir langfristig unter 7 Cent gehen. Es geht sich einfach in der Produktion. Da müsste die gesamte Wirtschaft zusammenbrechen. Alle Wirtschaftssektoren runterfahren. Kein Strom mehr, ein Verfluss nötiger. Stimmt das, dass die Panäle noch nicht zu hören kaputt sind? Nein. Also meine Anlage wäre seit 12 Jahren im Wahlkettel. Ich habe letztes Jahr einen höchsten Jahresertrag von 12 Jahren im Wahlkettel gehabt. Es gibt eine sogenannte Degradation, theoretisch. Das heißt, dass du herrlicher und weniger wirst. Die wird aber wettgemacht, wenn mehr Sonne scheint. Also wir hatten 2022 das sonnenreichste Jahr in 20, 30 Jahren. Dadurch hat die Anlage den höchsten Ertrag. Also wenn nur eine Woche länger Sonnensein da ist, ist jede Mini-Degradation wieder hinweg. Das schlechteste Jahr war 2015, aber nicht, weil die Module schlecht sind, sondern weil einfach wenig Sonnen da waren. Natürlich gibt es schlechte Module. Da müssen Sie sich den richtigen Partner suchen, der die Module nach Qualität tut. der in einer Verwitterungskammer, also wir machen solche Geschichten, die geben das Modul, das wir chargenweise testen, rein, und dann werden dann 20 Jahre Witterung überlaufen gelassen. Aber die Module sind wie ein Dachleimpfender, so muss ich mir vorstellen. Also da kann, wenn das gescheit in einer Maschine, also das wird in der Fabrik, am Lauffort ausgedruckt, wenn das gescheite Qualitätskontrolle hat, dann ist ja nicht viel, was passieren kann. So, kommen wir jetzt zu dem, worum Sie da sind. Aber Sie werden sehen, warum das so wichtig ist, dass wir das jetzt auch besprochen haben, und wie produziert die Anlage Strom. Was ich jetzt im Kopf behalten und eine Folie vorhat, war so ein Kostenpunkt Euro pro KW, das ist wichtig, 1.300 Euro pro KW ist gerade so ein Zuschnittpreis für klein, für so 10, 15, 20 Karrieren. Also 1.300 Euro pro KW ist dann sozusagen ein Kostenart. Die Förderungen, die geben immer auch Euro pro KW, damit man noch einen Zuschuss bekommt. Und ich mache jetzt ganz kurz die Bundesförderung, damit Sie nachher sehen, wie soll die Wiener Förderung sind. Haben wir aus den Bundesländern jemanden da? Niederösterreicher. Niederösterreicher müssen sich denn die Bundesförderung halten. Die Wiener können von der großzügigen Förderung, die die Stadt Wien jetzt ausgerufen hat, ausgerufen werden. Das neue Fördersystem im Bund ist 23, einmal gibt es Investitionsförderung, also ein einmaliger Zuschuss bis 1.000 KW. 1.000 KW ist schon richtig groß, das ist eine Hektar-Frente. Die Marktprämie geht auf 10 KW. Und ersetzt die alte Terminförderung. Kennt ihr noch jemanden? Die Ölmarkt-Terminförderung? Wir fahre in 2017, hat man von der Ölmarkt einen fixen Termin, hat sieben Cent Profi dort schon bekommen. Und alle haben sich drum geprügelt. Also als der Marktpreis 3-4 Cent war, hat sie sich in sieben Cent geprügelt. Das war Tagsessen am 1. Jänner. Und jeder, der es bekommen hat, hat sich den Haxen ausgepräuft. Und sich hinterher das auch macht. Man muss eben entscheiden, entweder oder. Man kann das nicht kompilieren. Wenn man den Zuschuss bekommt, muss man auch für einen Markt verkaufen. Oder macht eine Eigenverbrauchsanlage, wo man den ganzen Kontext verbraucht. Da wissen wir auch nicht, von den Einstellungsverhältnissen abgeschrieben. Und die Freitag Tarife sind in Kategorie eingeteilt. Die ersten 10 KW sind 265 Euro pro KW. Das ist die einzige Kategorie. Also ich rede jetzt unternehmerisch. In privaten gibt es jetzt die Mehrwertschaubefreien. Das habe ich jetzt auch gar nicht da. Für private gilt, in Österreich, in Wien, in Wien sind. Man gibt auch 20 KW für den Mehrwertschaubefreien. Aber hier liegt die unternehmerische Voranlagen. Und die private Fragen gibt es gerne auch noch. Kategorie 2, 10 bis 20, 50. Die dritte Kategorie ist 10 bis 20. Dann 20 bis 100. Und 100 bis 1000. Und diese Kategorie wird wiedergegriffen. Also wer schneller schickt, kriegt das Geld. Die Kategorie wird auktioniert. Das heißt, der Staat sagt, wir glauben, dass die Betreiber auch mit weniger Förderung zufrieden sind. Und wir fragen sie, wie wenig sie wirklich brauchen. Das heißt dann, man geht da ein System und sagt, wir reichen auch 100 Euro pro KW. Wir reichen auch 70 Euro pro KW. Und dann, solange der Kopf leer ist, wird dann das Geld vergeben. Und wenn wenig Geld da ist, dann werden halt nur diese Dienste ganz wenig voll. Und das war sehr dramatisch letztes Jahr. Und da, wo Max steht, das sind die Gebiete, die auktionieren werden. Wo man auch niemals die Dienste drauf bekommt. Ich bin mir angeschaut, was da passiert ist. Ich zeige Ihnen zwei Zahlen. Das ist nicht so wichtig. Aber im zweiten Fall wurde in der Kategorie C, hat man noch 140 Euro pro KW. In der großen Kategorie ab 100 ist es ab 84 Euro pro KW. Es sind auch nur ein Bruchteil gelegen. Das heißt, die sind alle noch in der Wartenschlange. Große Anlagen können im Moment in den Bundesländern mit 50, 60, 70 Euro pro KW rechnen. Was man als Steuerung sagen kann, das funktioniert. Der Steuergeld ist sehr effizient eingesetzt. Es wird niemand überfördert. Das Kabinett hat nicht gesagt, es gibt Leute, die geben da 5 Euro pro KW ein. Das hat damit zu tun, dass es für manche eine Verpflichtung gibt, eine Förderung abzuholen, wenn es eine gibt. Von Ortsomers Seite. Und dann geben die einfach 5, 10 Euro ein, damit sie die ganze Steuerung bekommen, sich rechtlich herausnehmen können. Und dadurch dann die anderen beantworten, ohne vom KW zu kommen, weil sie für ihre Shareholder vielleicht nicht viel Förderung abgehoben haben. Diese Förderung in Großanlagen ist leider wirklich sehr schwierig gekommen. Deshalb betreten wir uns auch immer mehr auf Wien jetzt, weil es hier ein Füllhorn an Förderungen gibt. Also wir erinnern uns, Großanlagen 50, 60, 70 Euro pro KW. Es gibt in Wien ganz viele verschiedene Förderungen. Und die Standardförderung ist wahrscheinlich in den meisten Fällen, die die Institukte. Und das sind noch bis 100 KW, bei 250 Euro pro KW. Da ist der Punkt jetzt bei 130, 120 Euro pro KW. Das ist das Doppelte. Die Anlagen leiten von 150 KW, 200 Euro pro KW statt 50. Also das 3 KW. Und was neu ist, in der Shopping konnte man keine Anlagenerweiterung fördern. Und das ist jetzt, das ist jetzt eigentlich nicht, unsicherer, praktisch nicht. 100 Euro pro KW. 150 Euro für Anlagenerweiterung. Da geht es immer um den Stand auf der Anlage. Genau. Ist das genau so, dass es hier ein Kreuz gibt? Nein, danke. Das ist ganz toll. Das ist die ganze Zeit offen. Früher war es nur offen, während der Bund nicht da war. Das ist auch neu heuer. Man kann jederzeit einrechnen. Es gibt keine Limitierung mehr. Es kann nicht sein, ein Mischen vergeben. Es gibt nur viel Geld. Also ich darf ihnen eher Angst, dass sich das Geld nicht loswerden. Also sie rufen mich an, Frau Daniel, machen Sie was, du musst das Geld loswerden, sonst ist es weg. Also wenn sich das Geld nicht loswerden, dann ist es wieder weg. Also die haben keine große Angst, dass sie ihr Geld wieder verlieren wollen, wenn nicht genug Leute investieren müssen. Es kommt nicht von unten und das Land ist gleichzeitig. Nein. Nein. Entweder oder. Entweder oder, ja. Das Einzige, wo dann die Kombination wichtig ist, ist mit der Mehrwertsteuerbefreiung. In Wien bekommen Sie als Privater sowohl die Mehrwertsteuerbefreiung als auch die Hinzüge. Also das ist auch für die wichtige Info, die Sie in Ihren Netzwerk verteilen können. In Wien gibt es tatsächlich eine Doppelveränderung. Heißt das dann, dass mit der Info, die Leistung, ich glaube nicht 360, sondern mit der Bauten, oder 150 pro? Ja. Cool. Aber dann ist es nur 30, ja. Ja. Ich sage mal, warum... Ja, 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 so. Ich meine, die Hausanlagen sind, die müssen wir nicht mehr laufen können, das ist eher 1.800. Okay. Das ist so ein Standardwert ab 10 kW in Deutschland. Eine 5-Karriere-Anlage kostet, also das ist eine 10-Karriere-Anlage. Eine 5-Karriere-Anlage ist noch mal deutlich höher, mit 1.800 oder so, so die größten Anlagen. Die großen Anlagen sind dafür deutlich gut, also sagen wir mal, ein Durchschnitt mehr. Generell gilt große Anlagen billig, kleine Anlagen teurer. Also Standardanlagen. Begründete Dächer sind gerade hochattraktiv. Hat jemand ein begründetes Dach? Und dann nur zur Info, es gibt jetzt super neue Systeme und den doppelten Fördersatz. Das heißt, man kriegt für begründetes Dach 400 Euro pro kW zum Schluss. Bei größerer Anlage 150. Flugdach, Carport, unverspannend auch, da gibt es auch endlich künstliche Systeme und bis zu 500 Euro pro kW zum Schluss für eine Carport-Fahrer. Das wird jetzt gerade sehr explodieren. Auch Thema, das ist etwas, was die Supermärkte ganz stark basiert haben. Also der große Wunsch der Supermärkte war, bitte gebt uns eine gescheitete Carport-Fahrer, dann machen wir was. Weil die Stabilität immer zu den Supermärkten gar nicht in genau den Gedanken, den sie hatten, bitte macht doch was. Sie haben so Gedanken nicht und haben gesagt, nein, wir brauchen eine Carport-Fahrer. Und die gibt es jetzt. Sowohl in Mittelösterreich als auch in Ihnen. Was haben Sie da auf Glück ein Restkosten für Carport-Fahrer-Fahrer-Fahrer? Das war eine Zeitlage 5.000, 6.000 Euro pro kW, die ist jetzt massiv untergegangen. Es gibt schon Lösungen um 1.800, 2.000, in Niedersach gibt es auch 1.000 Euro Förderung. Da hat sich kein Carport mit 1.000 Euro pro kW erwischt. In Wien auch. Also, halt um 1.500 oder so. Also, das hat sich massiv entwickelt. Es gibt endlich Lösungen für das Thema. Es gab aber auch die Anbieter nicht. Das ist schon eine komplexe Sache, da ein Bauwerk hinzustellen und die Karpots kommen jetzt gar nicht ganz stark. Doppelte Förderung im Erdgeschoss im Wohnbau. Auch eine ganz wichtige Neuerung. Das ist viel teurer bei dem Erdgeschoss im Wohnbau. Hier müsst ihr über viele Stockwerke Kabel runterlegen, sehr komplizierte Dachaufbau und Neugleiter. Und auch da gibt es doppelte Förderung für die ersten 100,5 € pro Kredit. Also wenn jetzt die mehrgeschossigen Wohnbau nicht mag, natürlich haben wir die ganzen Eigentumsprobleme. Aber auf jeden Fall mal starten und schauen, um die Gänge zu kommen. Auch in den mehrgeschossigen Wohnbau. Für die Startgeber... Die Verschaffung möchte ich gerade sehen. Die Verschaffung ist gespannt, wie stark ist es, wenn man einen Baum davor hat oder... Genau, Anton. Entweder wenn ein Baum da ist, dann kann man Optimierer einbauen. Natürlich ist eine Verschaffung nicht richtig wert. Aber da brauchen wir einen Planer bei Ort, der sagt, das und das wäre nötig. So und so müssen wir es machen. Manchmal ist... Einen Baum für die V-Anlage zu fällen, ist wirklich kein Problem. So eine Anlage ersetzt dann mal von 100 Bäumen. Und wenn dafür ein Baum fallen muss, ist das kein Drama. Also vor allem wenn man jeden Tag gefällt für Stühle und so. Wenn das der eine Baum ist, wenn ich sage, das ist kein Thema, außer mit der Stadt Wien, dann hat man es nicht. Also speziell die mehrgeschossigen Wohnmänner bestanden, so Nachkriegszeit, 60er, 50er, 70er, 70er, wie schaut das da aus mit den Lasten? Und wir hören das immer wieder von Hausverwaltungen, die dann auch wieder zurückgreifen auf alte Pläne und von Statikern, die dann sagen, na mit den Auflasten, also das ist ein Thema und das können sie nicht. Das ist eines der 30 K.O. Friterien für eine V-Anlage. Das muss man im Detail anschauen. Die Schneelasten wurden da produziert. Das heißt, es geht in den Projekten vor zwei Jahren nicht. Ich bin hier und gehe nach einem wieder. Weil die, wenn man die Schneelasten wieder produziert wird. Ich erzähle da, in einem Ost-Enern-Gradnitz vielleicht anders noch, aber das ist ja eher ein anderes Gesetz. Also, ist ein Thema. Das muss man sich anschauen. Ist aber in den seltensten Fällen wirklich so. Manchmal ist es halt so. Ja, da kann man nichts machen. Aber es ist nicht so, dass jedes Tag nicht gut geht. Dann abschließend ist die Marktprämie, die ich schon erwähnt habe. Wenn man jetzt sagt, es ist alles unsicher mit dem Einspeisen. Ich möchte mich absichern. Ich möchte eine Million investieren. Ich möchte aber wissen, dass da wirklich konsequent die Rückküsse in einem überschaubaren Rahmen sind. Dann gibt es die Marktprämie, die wenige kennen und die liegt derzeit bei Umgang von 9,33 Cent. Leider nur der Auftrag und nicht der Freiflose. Die Freiflose liegt jetzt am 50% Abschlag. Da bin ich wieder 7 Cent. Und das ist schon wieder so knapp. Also nicht so gerade über Grenze. Mit der Finanzierungskosten ist es dabei. Es wird etwas gegeben, dass man diesen Abschlagungsprozess ist. Unglaublich kompliziert würde ich nur besprechen im Einzelfall. Sie merken sich nur, es gibt dieses Instrument. 20 Jahre, 9,33 Cent. Es gibt auch eine Sicherheitsleistung. Man muss auch sehr viel vor Ort investieren. Das ist ein Schadweiler, meinst du wirklich ernst. Aber das können wir gerne im Nachgang und dann in Einzelfall besprechen. Ja, jetzt zur Marktprämie. Man kann 15% der Anlage abschreiben. Aber auch da im konkreten Fall hat es nicht, also insgesamt 15% im ersten Jahr sogar bis zu 15%. Das sollen sie nur wissen, wenn es gerade ein gutes Jahr fertig haben. Unbedingt für die Voranlage. Das muss man nicht denken. Der Weg zum, im Abschluss noch ganz kurz, der Weg zum Kraftwerk. Wenn Sie jetzt überlegen, dass es vielleicht doch nicht verfügbar ist. Es sind bei uns drei Schritte. Im ersten Schritt ist eine kostenlose Kurzanalyse. Einfach nur direkt, die lieben Fahrt aufs Tag. Was wird es kosten? Welche Förderung gibt es? Kommt auch jemand vor Ort? Das muss uns kurz angeschauen. Dann, wenn man eine Detailanalyse haben möchte, wo Richter-Gefro und Wirtschaftsmitglieder und Wirtschaftsförderung gelaufen sind. Dann kostenlose Kurzan. Das wird ja bei Ihnen auch gefördert. Das ist ja dann eine Stunde zum Projekt startet. Wenn Sie wollen, schaffen wir drei Stunden in Ihrer Zeit, ein Projekt aufzusetzen. Für mich ist es wichtig, dass wir die Zeit bei uns entsparen und Ihre Entscheidungspunklage so aufbereiten, dass Sie schnell entscheiden können. Das ist unser Plattdach-Checker, wo man selber schnell schauen kann, wie groß ist man das, was passt da drauf. Und in den kostenlosen Angeboten bereichen die Planung, die Personierung der Anlage, in der schüsselwertiges Angebot. Wenn Sie das haben möchten, sind die Kollegen da, und die sofort einen Termin ausmachen für dieses kostenlose Angebot. Wenn Sie auch noch das ganze Wirtschaftlichkeit drumherum wollen, ist diese Detailanalyse danach zu gucken. Kostet 720 Euro. Wird aber über die Karin bis zu 75% gefördert. Also es ist 2.500 Euro übrig, die dann für ein Komplett-Fertig-Ausgabe-Angebot planen, das in einem Planungsberuf nicht 2.000 Euro kosten würde, haben Sie über 2.500 Euro dann durchgeschrieben können. Wenn Sie eine funktionierte Entscheidung treffen, darf ich mir nicht, dass es keine Allgemeinsätze geben, weiß ich nicht, sondern wirklich auf das Dach zugeschnitten ist. Wenn Sie ein Lassbogel haben, machen wir auch im Lassbogel-Analysse, wo man sagt, wie viel ist an die große Anlage sein, damit man ein bisschen Sex verbraucht wird, und man nicht vom Markt erwarten geht. Wir kommen mit diesem Rechner. Und für heute, wenn die Förderung nicht geht, gibt es auch für alle, die sich für die Erkenntnisse, die kurze Anländer anmelden, eine 50% Erkraft auf diese Deteilung, die sie als Gute für die Bauern und Menschen machen. Ja, also riechen wir noch mal. Und auch wenn wir bei der Wetterzeit von der Solarkapie waren wir gestern und für die Nächste. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Nein, nein, wir haben auch gemerkt, dass du urschnell reden kannst, wenn die Zeit knapp wird. Gerne Fragen. Also mein Auftrag ist Ihnen mitzuteilen, dass der offizielle Teil jetzt vorbei ist, das hätten Sie nie selber geraten. Dass Sie unbedingt aufessen und dass Sie jede Frage, die zum Thema passt, gerne stellen sollen. Können. Jetzt. Los. Eine Frage zu der Grafischen Geschichte Einspeichern und Rückführung und Überschüsse im Solarkapie. Wie analysieren Sie die Speicherlösung? Bei der einen Grafik am Anfang war er folgt im Speicher und das ist dieselbe Geschichte. Ich muss aber die Erzeugungskosten ausrechnen mit dem Speicher und verausträglich ist, die Bestehungskosten, die Erzeugungskosten verdoppeln sich mit dem Speicher. Das heißt, wenn Sie vorher ein Millionen Speicher um 5 Cent produziert haben, produzieren Sie nachher um 10 und 15 Cent. Das heißt, die Wirtschaftlichkeitsrechnung lautet dann, wenn der Strompreis über 15 Cent liegt oder der Einstellerie über 15 Cent liegt, dann rechnet sich das auch mit dem Speicher. Ein Speicher macht ein Projekt nie wirtschaftlich besser. Ganz richtig. Es geht nur darum, ob es das kaputt rechnet. Also wir schauen uns daran, macht der Speicher das Projekt kaputt? Ich bin nicht die richtige, die Speicher verkauft. Ich rede zum Beispiel nicht mehr aus. Oder ich will nur zumindest, dass es eine richtige Entscheidung ist. Ich habe auch meinem Vater gesagt, du willst du wirklich einen Speicher? Ich weiß schon, das kostet nur viel und du willst wenig. Ich will das aber auch nicht. Und der glücklichste Mensch erwähnt ist, ich habe der E-V1 schon drei Monate, keinen Strom abgenommen. Und das ist ein anderes Gefühl, das hinter einer Speicherentscheidung steht. Im Haushalt ist es völlig wurscht, wenn ich so richtig 15.000 Euro investiere. Im Gewerbe sind wir in Bereichen von 50-100.000 Euro. Da muss ich mir schon überlegen, ob ich das mache. Ein Speicher macht dann Sinn, wenn er mehr Funktion hat, als nur Eigenverbrauchsoptimierung. Wenn er das Netz schützt, wenn er vielleicht eine Trafo zu hoffen findet, das haben wir auch manchmal, dass ein Unternehmen eigentlich für den Stromverbraucher eine Trafo bräuchte. Mit der Befeuernlage und dem Speicher dazu dann aber vielleicht nicht, weil es die Klimaanlage gibt oder so. Also wenn ein Speicher mehr Funktion hat, als nur die Eigenverbrauchsoptimierung, dann ist das spannend. Das ist aber Notstrommenswahl. Notstrommenswahl ist ein Riesenthema. Der oberste Experte für Notstrommensysteme steht hier, aber er mag es auch nicht, weil es ur-kompliziert ist. Alleine die Entscheidung, was wir anbieten sollen, dauert drei Stunden Diskussion, welches Stromkasten wollen sie drauf haben. Wie lange soll es sein? Soll es zwei Stunden halten? Soll es zwei Wochen halten? Dazwischen liegen 100.000 Euro. Zwischen zwei Stunden Notrundversorgung und zwei Wochen verursachen. Dazwischen. 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 Dazwischen.